Ich glaube, den Film kann man sich ansehen, weil einfach für jeden was dabei ist. Also man kann den sich so als Pärchen angucken, da hat die Frau romantische Momente, der Typ hat coole Typen und coole Autos und Stunts und eine Komödie. Die Kinder können ihn angucken, eben weil der Film lustig ist. Die Großeltern, weil der Film schön ist. Also es ist einfach für jeden was dabei, das ist wie ein Überraschungsei, weißt du? Spiel, Spannung, Spaß. Man weiß nicht, was dann erwartet, aber genau das macht den Film aus.